Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder ein Rezept, aber jetzt super super easy, super schnell, so als kleinen Snack zwischendurch. Und zwar machen wir einfach nur ein Brot, sozusagen, aber so ein bisschen special, dass es so ein bisschen geiler ist. Es hat auf jeden Fall auch Protein, weil wir Hummus und Tofu mit dabei haben. Aber lasst euch einfach überraschen, wir legen auch direkt los. Okay Leute, wir haben ein Brot, weil ich keinen Toaster habe, toasten wir es jetzt in der Pfanne so ein bisschen. Dann kommt auf das Toast gleich Hummus drauf. Vorher machen wir jetzt noch so ein bisschen, reiben wir es mit Knoten auch ein. Dann kommt eine Schicht Salat, Tomaten, Gurken drauf und Räuchertofu, den wir einfach nur kurz anbraten und dann ist das Ganze auch eigentlich schon fertig. Okay, wir bereiten mal alles vor und könnt ihr dann gleich sehen, wie das Ganze fertig aussieht. Okay, das Brot ist eingerieben mit Knoblauch und so ein bisschen angetoastet. Am Schluss tun wir das nochmal ein bisschen rein, damit es nochmal warm und frisch ist. Jetzt ist der Räuchertofu dran. Gemüse und so wird das eigentlich schon fast fertig. Jetzt schneiden wir nur den Räuchertofu in kleine Scheiben, dass wir den noch kurz anbraten und dann ist das Ganze auch schon fertig. Musik 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 so sieht das ganze aus was ihr braucht wenn ich euch noch mal hier eben ein ins bild und viel spaß beim nachmachen abonniert diesen kanal schreibt mir gerne auch wieder in die kommentare was euch mal für rezepte interessieren würden ich freue mich über jede kleine inspiration weil ich muss auch selber gucken so wie ich das essen interessant halte ich freue mich aufs nächste video mit euch bis dahin ja 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 ja